Drop this bass Ähm Video settings Ok Ok Leute und das war die eh Das waren die paar Sekunden bevor die Aufnahme wirklich anfing Na gut Hä? Jetzt laber ich Und damit Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Planet Survival Hi Wie Oho Wie du einfach mitspielst Obwohl ich erst so komplett verwirrt war Und dann Oho denkt sich, hä was redet der schon wieder Und dann einfach so Hi Hi So richtig Äh ok Ich muss auch meine Zuschauer begrüßen Ach ja stimmt Ja Und dann muss ich mal was klares sagen Damit die wieder wissen, aha Ja hi hi ist ja auch ein klares Wort Ja Eine Begrüßung Dann gehts los Ja ich habe auch ein paar Worte davor gesagt Aber die waren eher in den Raum geworfen Du kannst einen Menschen eigentlich mit jedem Wort begrüßen Hm Wenn ich auf Was würdest Was würdest du sagen, wenn ich direkt auf dich zukommen würde Und würde sagen Tschüss Dann würde ich gar nichts sagen Dann würde ich komisch gucken Ja Puh Das war knapp Dann wäre ich etwas verwirrt Und beleidigt Warum beleidigt? Weil ich einfach so Schiss sagt Ok Es kommt drauf an, wie du das sagst Damit wissen wir Oho fühlt sich beleidigt Wenn ihr zu ihr einfach geht Und zu ihr Tschüss sagt Das ist ein bisschen komisch Als ob ihr gar nicht mit mir reden wollt Da frage ich mich warum ihr mich überhaupt begrüßt Also das war gar keine Begrüßung Ich habe Oho verwirrt Ich habe es geschafft Ich habe Oho ein Paradoxon in den Kopf gesetzt Error, Error Ja ihr Gehirn sagt Error Sie weiß nicht mehr, wie sie damit umgehen soll Wenn jemand Der ihr begegnet Gerade Einfach zu ihr Tschüss sagt Das Gehirn ist da natürlich verwirrt Es ist doch klar Und ich weiß auch gerade nicht Wie wir auf dieses Gesprächsthema gekommen sind Dort ist eine komische Begrüßung deswegen Hä? Deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen Wegen was? Weil du So verwirrt warst am Anfang Bin ich immer noch Bin ich immer noch Oho Und wie immer labern wir nur stumpfer Nonsens Lava Puh Oh, du hast ein Lava-Dings gefunden Na ja Böser 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 Planet Na ich sollte vielleicht erst mein Inventar entlernen bevor ich auch auf Wanderung gehe Ja Da wäre ich schon wieder fast runter gefallen Das ist das zweite Mal heute schon Und wieder die Treppe hoch Und wieder Hier zur Truhe Einfach da reinschmeißen Und Rücksicht auf Verluste Und ich sollte vielleicht nicht alle Brote mitnehmen Nur ein paar Okay Oho Wie sieht es bei dir aus? Wir sind Kakteen Du hast Kakteen gefunden? Na ja Das ist was neues Nimm welche dabei Nein Die gibt's schon Ach ja stimmt Wir haben ja schon welche Was war neu für uns? Ich hab ihn kaputt gemacht Bäh Oh der wär schon wieder fast runter Sugarcane wär neu Aber das wird's nicht Kies wär auch neu für uns Wir haben noch kein Kies Nee Kies gibt es Wir hatten einen Kies Planeten irgendwo Nein nicht Nee Oho Wir hatten noch kein Kies Wir haben noch Wir haben noch Extrem Probleme gehabt Das Portal zu entzünden Deshalb Wir haben das doch mit Lava und ein Holzklotz entzündet Hatten wir das nicht später gefunden? Nee Ich dachte auch zuerst Der Sandplanet vor deinem Haus ist halt Sandkies Aber nee Es ist nur ein Sandplanet Aber nee es ist nur ein Sandplanet Bäh Ich fahr hier schon wieder fast runter Hm Na toll Was denn? Der Planet ist nur Erde Na gut Na gut Erdplaneten brauchst du gar nicht anzusteuern Die bestehen nur auf der Erde Nee manche haben auch was drin Ich meine ich Also Ich dachte Ich baue mich immer zuerst zu den Steinplaneten Weil da weiß ich auf jeden Fall Da sind Erze drin Da wäre das nächste wo man Dias findet Ich habe hier grad ein Häschen sterben hören Oh Habe ich das Rad irgendwo runtergekickt? Oh Denkt sich zuerst Habe ich hier irgendwo ein Häschen runtergekickt? Ich habe es Klar und deutlich gehört Oh Da Ein Häschen Hey nicht wecken Haben wir Möhren? Ich möchte das Häschen haben Oh scheiße ich habe nicht Wir haben Möhren Wir haben Möhren schon aber Das Problem ist Die sind alle halt auf der Ein Insel Ach da unten bist du Hi Oho Hast du zufälligerweise ein bisschen Holz für mich? Ja Ich habe Nee Moment Ich habe hier ja ein Holzplanet Ich kann es dir auch geben Weil ich möchte das Häschen da haben Siehst du das Häschen? Kannst du es mit 3 Karotten sehen? Glaubst du du kriegst das hin? Geht das so? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht ich habe nur 3 Karotten Wo bist du? Wo bist du? Wie keuchst du dir? Ich kann sie dir auch einfach runter schwocken Ähm Wo bist du? Ich bin hier oben mit dem Holzding 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 Und du hast ein bisschen Holz für mich? Hier, Karotten Und hast ein bisschen Holz für mich? Danke ich hoffe drei reichen kommt es mir dann automatisch hinterher weiß nicht was gar nicht wie man die zähmt ich weiß nicht ob du die überhaupt sehen kannst auf jeden fall kann man sie mit karotten locken dann lock ich es vielleicht erst mal nein jetzt wird es nacht ich muss mich schnell dahin bauen und kann mich gleich ein skelett unterschließen da bist du da bist du komm mit was ist hier drin bitte und ein laber das ist aber ein süß komm mit und fall nicht runter komm nicht und fall nicht runter so gut es kommt nicht verdammt das wird dunkel ich könnte mich jetzt schnell darüber bauen dann wäre ich zu hause vielleicht mache ich das das ist kürzer als diesen riesen umweg kann ich da direkt auch das hässchen mitnehmen oh nein da kommt gerade eine zombiebrigade auf mich zu okay einer da und drei weitere kommen noch hübschen meine kapsel rein ich kann gerade nicht es ist dunkel okay drei habe ich da und gekriegt einer einen habe ich hinter mir ich bin nicht schon wieder meine katze einlassen abkürzung das ist witzig Ich esse nur noch. Oho. Ja? Wirst du schon... am Bett? Nein. Hey Kenny, komm her. Hier. Warum rennt das weg? Ich hab Karotte. Ich hab Karotte. Ich hab Karotte. Ich bin Oho. Ich hab Karotte. Ich hab Karotte. Ich hab Karotte. Du mir Folgen tun. Ich hab Karotte. Ja, wenn wir die Möhre essen. Ich weiß. Das macht doch von Natur aus. Bald bin ich da. Ja. 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 Unter der Brücke. In der Nähe von meinem Planeten. Ach. Ach. meinem Planeten mit dem... mit dem Baum. Ach, da hinten. Ach, da unten bist du. Ich seh dich. Ja. Oho. Mhm. Tut mir zwar leid dir das wieder zu sagen, aber wir haben schon wieder das Ende unserer Folge erreicht. Warte. Ich muss doch noch... Ich muss doch noch mehr... Äh. Das... Das Kaninchen nach Hause bringen. Keine Angst. Ich beende die Folge eh erst, wenn du auch zugestimmt hast. Das Kaninchen ist nicht so schlimm. Es ist immerhin ein Gemeinschaftsprojekt. Es tut mir für alle leid, die das hassen, wenn ich jetzt hier schnell reinzoome und wieder rauszoome. Aber es ist mir egal. Na gut, das nervt mich selber. Naja. Jetzt muss Oho nur noch... Oho, du bist falsch. Nein, ich bin nicht falsch. Ich bin richtig. Ach so, du würdest das Kaninchen daheim bringen. Ähm... Ja, ich bring das mal in mein... Bett... Äh... Bettraum. Schlafst du immer noch nicht. Alles klar. Oho... Weißt du was? Gute Nachrichten. Die Sonne geht gerade auf. Danke. Hallo. 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 Okay, und damit beende ich diesen Part und ich sag tschüss. Oho. Oho! Oho. Oho... Vielen Dank.